Mahlzeit, Leute. Das dritte Video jetzt. Ja. Ähm, ein Kumpel von mir hat gesorgt. Okay, ähm, weil du weißt aber nie, wo du bist, ne? Okay. Hier, ja. Container. Strand. Ich platziere jetzt hier. Einfach mal. Wie ich da auch da hinten bei der letzten Höhle getan habe. Eine Fahne. Oh, grün. Hä? Oh, grün. Aber grün. Ja? Wir waren vorhin da hinten. Das ist hier das Strand. Container. Ja? Container, sehr wichtig. Ihr findet hier die Zugangskarte. Also habt ihr jetzt, ja, nochmal zu gucken. Ich hab nicht weit gemacht, unruhig. Immer noch sieben. Und nur den Kletterhaken. Und... Und zwei Seile. Und einen Snack. Also... Ja? So, hier findet ihr den Kletterhaken. Ja? Container. Ein Stück weit links. Geht er hier rein. Oh, wunderschön. Oh, wunderschön. Hier wird's ein bisschen kritisch. Hier wegen ducken und stehen und... Ja, nochmal schönen Speicherpunkt. Diese Kassetten hier. Ja? Das sind hier. Wenn ihr einsammelt, steht da unten Kassette, die mit bla bla bla. Die stehen hier unten. Die braucht ihr nicht für ein Trophäe. Es zählt nur... Wenn dann die hier oben. Die würden dann irgendwann mit 1 bis 5 gekennzeichnet sein. Ja? 1 bis 5. Nicht die hier unten. Das sind Videokassetten. Interessieren für ein Trophäe. Absolut gar nicht. Nur die hier oben. Wenn ihr einen Kassettenrekorder habt. Dann stehen hier die Kassetten, welche ich hätte. Ja, die? Absolut gar nicht. Dann sammeln wir mal ein paar Stöcker hier ein. Dann, die Höhle hat nur einen Eingang bis jetzt hier. Seht da weiter geradeaus, geradeaus, geradeaus. Hier unten... Ist scheißegal. Ist ein, der wird die Höhle erkunden. Wir haben jetzt auch noch To-Do-Liste. In der Waffe. Wenn ihr seht hier... Ich bin jetzt da rein gegangen. So, To-Do-Liste. Wo bist du? Hier. Hast du auch nichts weiter dabei? Ihr müsst hier runter, wenn du... Du wirst es erkunden, ne? Aber wir wollen jetzt erst mal... Nur... Die Karte haben, ne? Ja, nicht erschrecken. Das sind Flendermäuse. Wenn ihr auch vegan spielen wollt... Flendermäuse bitte nicht töten. Ja. Immer noch Kreativmodus. Gut, ja. Wir sind hier runter. Da seht ihr schon dieses beleuchtete... Wollt sie. Ja. Schlag da einfach mal kaputt. Bis da durchkommt. Ja. Hand, ja. Kaputtes Tor. Geht da weiter. Hier kommt wieder so einen schönen Abgrund. Und die ganzen Leichen legen. Geht runter. Oder springt weg. Da der Typ irgendwie eine Abscheu hat gegen Leichen. Hier habt ihr... Hier habt ihr... Mit am Ende... Diese Frau. Hier habt ihr die Zugangskarte für den Endbereich. Mehr braucht ihr nicht... Eigentlich... Wenn ihr gute Augen habt. Und gute Nerven, sagen wir mal so. Und gute Nerven. Um das Spiel zu bilden. Ne? Ja, hier hinten. Ich kenne es auch leider nicht. Hier ist auch nichts weiter. Ja? Wenn ihr gute Nerven habt. Dann kennt ihr jetzt das Spiel durchspielen. Somit mit den Kletterhaken. Und hier hat die Zugangskarte hier. Könnt ihr auch ausrüsten. Steht zwar nicht da, aber... Ihr könnt ihr auch ausrüsten. Und ihr könnt ihr auch vor dem Ding halten. Ja? Hier. Direkt am Ruckzack. Gerade wenn das Inventor voll ist. Weißt du, wie schwer es die Scheiße ist zu finden. Juhu. So was mit... Die Zugangskarte. Mehr wissen wollt. Wie gesagt. Nächstes Video. Ich hab auch langsam keine Lust mehr, das zu sagen. Hahaha.